so leute auf ein neues die letzte folge ja war die ist einfach wieder verschwunden und da muss ich auch erst mal raus gehen und mich abregen ich war echt auf 300 gewesen jetzt fehlt hier nämlich schon wieder ein bisschen was und zwar konnte ja ein bisschen ich konnte ja ein bisschen wieder zurücksetzen also einen alten spielstand aber wie gesagt das habe ich schon hingebaut hier diesen sendemast kabel rangemacht halt der typ hier hinten der war eigentlich auch noch nicht tot habe ich auch schon alles gelootet dann habe ich schon geknackt ja alles sachen die wieder fehlen und macht ehrlich das macht den kind spaß ganz ehrlich raste hier noch mal richtig aus da dauert nicht mehr lange ganz ehrlich so wir sollten jetzt zurück zu prästen meine güte nie ehrlich leute irgendwann knalltet hier noch mal ich musste echt rausgehen erst mal mich abreagieren sonst hätte ich sonst wäre der controller in 300 teile gewesen alter wie ich sowas ab kann verstehe ich aber nicht warum das ding jetzt auch immer so umher spinnt das hat sonst wunderbar funktioniert immer zweimal auf dem share button gedrückt und die und das geht los aufnehmen wieder zweimal rufi drückt beendet ganz einfach warum macht er das nicht ja manchmal das verstehe ich nicht ehrlich das kotzt mich an ich habe den ort gesäubert an den du mich geschickt hast und ich habe einen funkleidstrahl platziert das sind gute neuigkeiten wenn die leute erst mal ein zuhause haben werden sie auch bereit sein dafür zu kämpfen gut abgeschlossen sie verarbeitet den verlust auf ihre eigene art und dann hatte ich mal gesehen wir hatten ja noch ein level ab und da hatte ich jetzt naja hatte wie gesagt mal ein bisschen geguckt habe ich aber den jetzt hier genommen weil das ist glaube ich echt das beste wenn wir übernehmen und wenn wir das nächste mal level ab wieder haben dann werde ich dann gleich noch in ruf knallen so was wollte ich jetzt machen jetzt sind wir wieder ziellos ne ach so können wir hier das wäre eigentlich auch noch ganz interessant ne das war ziemlich weit weg das weiß ich noch ach so jetzt können wir eigentlich auch mal wieder vorbeischauen ne oder wir reisen jetzt wirklich mal nach diamond city ne pass auf wir machen jetzt die kick nämlich gerade zur uhr weil ich näher noch los muss arbeiten ja das war so weit weg ne wo ist denn das ach du heiliger bimam das ist ja genauso weit das andere war irgendwo hier ne genau ja damit brauch ich denn jetzt aber nicht mehr anfangen das ist jetzt die letzte folge ich muss näher los dann machen wir jetzt ach genau ich wollte ja noch mal zur wald weil ein vögelchen hat mir hier zwitschert man kann die waffe doch schon bekommen auch wenn man noch nicht meisterschloss knacker ist oder wie genennen soll es geht und zwar kann das tatsächlich weil ich auch ein bisschen komisch finde der hund für uns machen der ist nämlich wohl schon der ist wohl schon irgendwie meister schloss knacker aus welchem grunde auch immer keine ahnung das probiere ich jetzt mal aus ob das funktioniert ich weiß nicht wie es geht aber ich probiere einfach mal also da bin ich echt gespannt und der hund ist natürlich schon wieder hier ne joo da war das schon wieder auf uns kennen wir noch vom letzten jetzt durch hier so zack kennen wir ja alles noch ist ja noch nicht lange her als wir hier waren ich weiß schon wieder nur ich weiß schon wieder bloß gar nicht wo das jetzt war hier anscheinend nicht die sind ja auch noch so eine kapseln überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen öffnung der kryo kapsel kann man das denn ich auch noch machen irgendwie hier mit hier ne wahrscheinlich wurde können wir aber nicht öffnen alles deaktiviert aktivieren können wir hier nichts so wie das aussieht kann doch nicht sein dass nur noch ich übrig bin hallo ist da wer hallo der ist bescheuert oh man aber wo war denn das jetzt hier wieder die mussten ja hier gewesen sein die mussten ja hier gewesen sein hier nicht ja ja doch hier musst du ja eigentlich richtig sein ne jo geradezu so jetzt bin ich ja mal spannend wie der 100 von uns knacken soll guck mal her wo bist du denn hey befehl guck dir das an wo ist denn der köter ich sehe ihn gar nicht da hier komm doch mal hier geh doch mal hier drüben geh mal da hin und jetzt gehst du da rein bitte machst halt auf schau mal nach los da drüben los mach auf geht doch gar nicht das schloss krieg ich nicht auf schau's dir an der rennt hier bloß blöd umher das geht gar nicht was die mir für ein schwachsinn erzählen warte da dann geh mal bitte schnapp's dir macht er das denn so und jetzt zieh dich um das bitte aufmachen dann was denn nun da rin hier guck nach Junge guck mal hier jetzt hier jetzt macht er das auch hier guck nach was ist da Junge was ist denn mit ihm macht er das jetzt guck dir das an schau's dir an schau's dir an warte sind das hier eigentlich noch für ein Hebel kann ich den auch aktivieren abgeschlossen ich glaub nicht dass ich das Schloss knacken kann ne darum soll das ja der Hund machen aber das funktioniert gar nicht was die Leute mir hier erzählen schau mal nach los wie geht's dir Kumpel ja wie geht's dir Kumpel hier mach deinen Scheiß auf da hey Junge hast du irgendwelche Tricks drauf ja super hey und jetzt mach das auf da drüben los hü schau's dir an nimm mal auf nimm mal auf zieh dich um das funktioniert gar nicht ich sag ja ich glaube ich lass mich hier auch wieder total verscheißern jetzt bleibst du hier mal drinnen jetzt machst du erst das Ding auf hier guck nach Junge los da guck nach was ist da Junge wo soll ich da na klar er macht die Tür auf einfach die bekomm ich so nicht auf guck dir das an schau's dir an das ist echt ich lass mich hier schon wieder total verarschen das wär ja wohl echt ein Ding wenn der das aufknacken kann Junge das wär eigentlich dann brüchte man das ja nämlich gar nicht ableveln naja jetzt haben wir die ganze Folge wieder nur damit vertrödelt hier äh um zu versuchen ob der Hund das hier auch macht schau mal nach das geht nämlich gar nicht kannst du vergessen kannst du das funktioniert überhaupt nicht funktion manche Leute erzählen einen scheiß jungen ehrlich naja ist ja real ist ja real aber wie gesagt das wär ja dann auch echt viel zu leicht dann brüchte man das ja wenn man das weiß und das äh und gehen wir mal davon aus ob würde das wirklich funktionieren und man weiß das dann halt auch ne dann brüchte man ja diese für das Schloss knacken gar nicht äh hochleveln für wat wenn der 100 machen kann alles von daher totaler ich überhaupts wieder hier ja von daher totaler humpitz eigentlich das wär ja normalerweise äh schon sowas wie ein Bug naja eigentlich bin ich auch ganz froh dass das nicht geht ehrlich gesagt weil wie gesagt wenn man weiß dass das geht naja dann nutzt man das ja natürlich auch irgendwo sag ich mal und dann macht das ja auch gar keinen Spaß mehr irgendwo ne weil du weißt genau das gut das brauche ich nicht mehr hochleveln ne dafür habe ich ja den Hund das ist totaler Quatsch denn hallo haben die Minutemen dich geschickt ich bin die Minutemen warum vielleicht warum fragst du wir haben eine Menge Probleme mit einer Raider Gruppe sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte meinst du du kannst sie überreden uns in Ruhe zu lassen keine Sorge ich kümmere mich für euch um diese Raider oh gut es wird eine große Hilfe sein sich keine Gedanken mehr um sie machen zu müssen oh süßte wir haben wir wieder Raider Pro wieso hier äh Kartenaufgabe wo ist denn das jetzt wo ist denn das jetzt ja das wird dann wohl das nächste Ziel sein wo wir hinreisen würde ich mal sagen das sieht ja eigentlich ganz äh ganz gut aus ist auch nicht so weit weg ja das machen wir dann auch als nächstes Leute so in die Koffer wenn ich jetzt auf die Beine äh auf die Knopf drück da der das dann auch äh äh speichern tut den Videoclip nicht dass der wieder weg ist ey krass das denn wirklich aus also ich sag dann schon mal äh bis zum nächsten Mal wir sehen uns haut rein